Liebefreundlich ist euer Steinwallen und da sind sie beide, unsere stolzen Eltern eines kleinen Sohnes, von dem sie allerdings noch nicht wissen, dass er als dumm geboren wurde, denn das sieht man natürlich einem Säugling noch nicht an. Und weil ich vermute, dass entsprechende Kommentare kommen werden, sage ich gleich mal, selbstverständlich gilt die dynastische Erbfolge, die steht über allem. Der erstgeborene Sohn ist der zukünftige Gottkönig und da werden keine Mittel irgendwie in Anspruch genommen, um denen loszuwerden. Also da muss schon Extremes passieren, damit an diesem Prinzip gerüttelt wird. Das sei jetzt schon mal gesagt. Aber ich möchte nicht vergessen, dass unser Großkönig Jaromir ein großzügiger Mensch ist und dementsprechend wird er auch nicht Magdalena vergessen und seine Tochter, seine uneheliche Tochter, die er zwar nicht offiziell irgendwie anerkennt, aber er möchte trotzdem, dass es ihr gut geht. Ich habe mir Folgendes überlegt, wir werden perspektivisch Magdalena verheiraten mit einem Mann, der auch einen kleinen Adelstitel hat und dafür werde ich hier verwenden, wir bauen ja hier gerade in Falun eine neue Burg, eine neue Baronie hier. Und da werden wir, glaube ich, einen unserer Champions zum Baron machen und diesen dann mit ihr vermehlen, sodass sie versorgt ist. Damit sie bis dorthin zurechtkommt, würde ich sagen, machen wir zwei Dinge. Erstens, wir werden sagen, dass das, was sie getan hat, natürlich nicht unrecht ist. Wir werden sie begnadigen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir werden ihr ein Geschenk schicken, dass sie bis dorthin zurechtkommt. Aber das wird noch nicht alles gewesen sein, wie gesagt. Dann will ich schon mal ankündigen, dass ich denke, wir werden einen Nachfolgekrieg, einen zweiten Krieg gegen Polen führen und diese eine Grafschaft, die formal noch zu Kujawien gehört. Ich habe hier nochmal nachgeschaut und ich kann mir nicht erklären, was hier passiert ist. Es muss meines Erachtens sich um einen Bug handeln, weil normalerweise, wenn man gegen quasi ein Königreich, einen die Jurekrieg um ein Herzogtum führt, dann muss alles in unsere Hand gehen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Anlass kann möglicherweise sein, dass wir es nicht erobert hatten. Wobei auch das dürfte nicht normal sein. Auch das kann nur der Anlass für einen Bug gewesen sein. Spielmechanisch müsste uns das jetzt gehören. Nun, aus diesem Grund werde ich auch noch diesen zweiten Krieg führen, der vielleicht auch nochmal unangenehm werden wird. Aber so ist das dann eben, weil hier es gibt neue Verbündete für die Polen. Nämlich der Despot von Thessaloniki ist mal wieder verbündet und der hat immerhin 11.000 Männer. Aber das wird erst in zwei Jahren ein Thema sein. Wir können Champions einladen. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir entsenden Herolde. Wir haben einen, der durchaus für uns auch nochmal interessant ist. Ich werde mal niemanden mehr über 15 rekrutieren, aber den, denke ich, können wir rekrutieren. Der ist ganz talentiert, der Schümon. So, und dann hatte ich gesagt, dass ich ein Festmahl veranstalten will zu Ehren der Geburt unseres Sohnes in Obotritia. Diese Einladung werden wir verschicken. Wir müssen nochmal in den Rat gucken, weil unsere Kaiserin ist ebenso überaus talentiert im Bereich Verwaltung. Deswegen werden wir sie auch dort uns helfen lassen. Ja, und zum Zweiten können wir weiter bekehren. Und ich sehe, dass hier unten noch Adamiten aktiv sind. Und deswegen gehen wir dort erstmal hin. Polnische Adamiten sind es, um genau zu sein. Dann haben wir eine neue Herzogin hier im Reich, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Herzogin Lydia von Großpolen. 17 Jahre alt. Verheiratet mit Sischech. Okay, auch polnisch. Ja, die Meinung ist nicht die beste. Wir werden mal sie in unserer Richtung hin beeinflussen, was uns gut gelingen sollte. So, und das wäre es dann auch erstmal. Lassen wir mal weiterlaufen und sind gespannt, wie das Fest wird. Willkommen, meine Freunde. Allerdings können wir gleich den nächsten Lebenswandelvorzug wählen. Und ich finde, Positionen der Macht gefällt mir ganz gut. Meinung der Ratsmitglieder erhöht sich nochmal. Also, er ist jemand, der hier weiter in diese Richtung geht, dass er ein sehr beliebter Anführerherrscher ist bei seinen Untertanen. Eine lobenswerte Leistung, als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Herzogin Ilona von Ursula und mich heran, die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl. Ja, natürlich geben wir das als großzügiger Mensch weiter, dieses Kompliment an Ursula. Unser Ruhm ist damit weithin bekannt geworden. Unter einem Dach. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Griffin Christina und Herzogin Dorota möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht. Und jetzt gehen sie mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Sie prügeln sich. Okay, wir haben einerseits hier unsere Ratsmarschallin, die Herzogin von Norland und Gräfin Christina von Cirquipania, die übrigens altgläubig ist tatsächlich und auch eine Fraktion gegen uns anführt oder an ihr teilnimmt. Deswegen werde ich mich auch für Christina entscheiden. Haltet Christina fest, bis sich die Lage beruhigt hat. So machen wir das. So, das wird natürlich die Meinung eher verfestigen. Und jetzt haben wir erste Champions, die eintreffen. Gucken wir uns den mal an. Ein 17er, ein ungarischer Katholik, aber wir holen ihn an den Hof. Definitiv so der König Janusz von Estland hat einen Krieg gewonnen. Alles klar. Und die Gäste gehen. Das Ganze war also scheinbar sehr harmonisch, würde ich mal sagen. Dieses Festmahl zugunsten unseres Sohnes. Okay, mehr haben wir dann im Moment auch nicht vor. Wir gucken mal ganz kurz, wie lange läuft der Waffenstillstand noch. Bis zum 5. Dezember 81. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Jetzt haben wir hier ein Ablass. Jawohl. Ja, wenn wir bei 2000 angekommen sind, werden wir auch ein bisschen wieder investieren. Königreich Serbien wurde angegriffen. Und Herzog Karel von Samogitia. Oh, wartet mal. Hier gibt es wieder jemanden, der offenbar expandiert. Der hat Weißruthenien angegriffen. Es geht um die Grafschaft Kletzk. Okay. Gucken wir uns an, wie da die Menge lag ist. Wow, 6.700 gegen 2.700. Vermutlich, weil er starke Verbündete hat. Ja, den Herzog von Smallland. Wir sehen das hier. Er selbst hat nur in Anführungsstrichen 3.000. Könnte aber also jetzt unser Reich vergrößern in diese Richtung, um diese Grafschaft. Hm. Alles klar. Interessant soweit. So, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Das ist gut. Der nächste Champion ist da. Und ein 21er. Also da bekommt man tatsächlich immer wirklich gute Leute, wenn man direkt danach sucht. Und der nächste Ablass ist da. So, jetzt gibt es allerdings eine neue Fraktion. Ja gut, das ist alles in der Regel nicht gefährlich. Jemtland greift Norwegen an. Ein Religionskrieg um das Herzogtum Prendelok. Aber das, wir haben auch das Herzogtum Prendelok. Aber da geht es wahrscheinlich um diese eine Grafschaft, die da noch offen ist. Ja, ja, genau. 2.800 gegen 5.200. Ob er sich das gut überlegt hat. Schwedische Katholiken hier übrigens in Jemtland. Die Norweger sind, äh, sind Samen. Ukonorskische Samen. Alles klar. Und wir kriegen eine Einladung erneut. Ich glaube, waren wir nicht bei ihr schon mal? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wir nehmen natürlich an. Werden herzlich begrüßt. Wir freuen uns über die Einladung. Das ist genau unser Ding. Bürgermeister hat sich verbessert. Und was ist hier los? Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem Unheil verheißenden Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Jaromir? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimme um. Doch da sind nichts als Schatten. Veles bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Okay. Wartet mal. Also, was ist denn? Das ist jetzt eine religiöse Frage. Wer ist denn eigentlich Veles? Ich meinte, in unserer Religion sind inzwischen ja neben den slawischen Göttern. Ich glaube, das ist nie so richtig losgelöst worden. Die alten slawischen Götter gibt es noch. Bloß die Kuh-Täus sind gewissermaßen in den Götterhimmel mit aufgerückt. So könnte man es beschreiben als Hauptgott. Insofern akzeptieren sie grundsätzlich, denke ich, die Tatsache, dass es auch noch andere Entitäten gibt. Göttliche Entitäten und es ist jetzt also keine monotheistische Religion. Deshalb ist man, glaube ich, tendenziell auch offen für solche Geschichten. Jetzt bin ich mal am Schauen, gibt es irgendwelche Hinweise. Tja, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich ist das komplett unklar. Aus diesem Grund würde ich tatsächlich mal die Würfel zurate ziehen, weil wir das rollenspielerisch eigentlich nicht ableiten können aus dem, was wir bisher von ihm erwartet haben oder erlebt haben. Beziehungsweise aus seinen Eigenschaften auch nicht. Also, ich muss erst mal den Würfelbecher holen, war lange nicht mehr im Einsatz. Und ich würfle eine Eins, also ganz eindeutig von ganzem Herzen. So, was bedeutet das jetzt? Wir erhalten ein Geheimnis. Wie, wir sind, ist eine Hexe? Okay, wir praktizieren damit jetzt Hexerei. Aha, okay. Faszinierend. Eine Seite, die wir noch gar nicht von ihm kennengelernt haben. Mal schauen, was das für Auswirkungen haben mag. Hm, gut. Wisst ihr was? Wir sind jetzt bei ordentlich Geldmittel. Es ist an der Zeit, dass wir wieder mal ein bisschen ausbauen. Ich würde gerne in der Hauptstadt anfangen, in Veligrad. Wir sind hier auf Burglevel Maximum. Sommerpalast ausbauen können wir gar nicht. Gut, das heißt, wir werden hier, wo wir zum Beispiel Stufe 2 haben, in die nächste Stufe gehen. Das sind die Wehrtürme. Steuern, verbessern, Festungsstufe, Garnision, etwas verbessert. Aber das war natürlich noch nicht alles. Dann machen wir mal weiter. Hier in Posen zum Beispiel. Da finde ich es an der Zeit, dass wir mal die Burg ausbauen. Das gefällt mir. Und dann gehen wir noch mal nach Schweden. Da sind wir hier schon auf Maximum. Was haben wir denn hier noch? Irgendwelche Rückentwickelten? Nö, die sind alle ziemlich gut entwickelt, muss ich sagen. Dann werden wir mal diese Erdkeller in den Hügelhöfen ausbauen. Erhöht auch die Steuereinnahmen so. Und damit, naja, sind unsere Mittel noch nicht wirklich ganz erschöpft. Gehen wir hier nach Akona. Ja, man muss überhaupt sagen, die mecklenburgischen Lande sind schlechter ausgebaut als die schwedischen. Insofern sollten wir vielleicht zukünftig hier mehr investieren. Also die Fischernetzweber wären dann die weitere Investition. Prima. So, bei 2.000 werde ich jetzt immer etwa 1.000 ausgeben. Herzog Lidia hat sich die Meinung verbessert. Wir lassen es noch mal ein bisschen laufen. König Jägi hat einen Krieg verloren vom Bjarmaland. Okay. Ein weiterer Champion ist eingetroffen. Ein Zwanziger. Hervorragend. Wird rekrutiert. Und das war's. Ein weiterer Nein. Ein Bündnis wird uns vorgeschlagen. Earl Simon von Elfen. Wo ist denn das Irrtum von Elfen? Hm. Also das ist eigentlich etwas, was uns nur schaden kann. Das werden wir ablehnen. Der will sich nur irgendwie schützen vor sonst welchen Feinden. Polnische, Aramitische Populisten wurden aufgelöst. Das nächste Bündnis kommt. Der nächste Bündnisvorschlag. Die ist allerdings ein bisschen interessanter, weil es kommt von Gualadat. Und der hat sogar 5500 Männer. Also ich sag mal so, ernsthafterweise benötigen wir keinerlei Bündnisse zu unserem Schutze. Die Frage ist aber, ob ein großzügiger Herrscher nicht auch interessiert ist, sich über die Grenzen hinaus weiter zu vernetzen. Hm. Warum eigentlich nicht? Kann sein, dass wir jetzt in irgendeinen Krieg hineingezogen werden. Aber ich würde mal sagen, wir haben durchaus Interesse, dass wir friedliche Beziehungen zu unseren nördlichen Nachbarn dort haben. Und sie sind, wie gesagt, auch von der Größe her nicht ganz irrelevant. Also, hier werde ich Ja sagen. Es wäre natürlich ein bisschen schwierig, wenn es jetzt gegen Estland gehen würde. Fällt mir gerade mal so auf. Weil Estland ist natürlich von den Krutois beherrscht. Übrigens, da habt ihr mich richtig drauf hingewiesen. Diese Linie ist nicht von der göttlichen Linie abstammend. Das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Unterschied. Kann vielleicht nochmal von Bedeutung sein. So, Ablass nehmen wir natürlich wieder an. Fraktion wird aufgelöst. Ich will mal ganz kurz gucken, gibt es irgendeine gefährliche Fraktion. Nein. Alles nur mit sehr, sehr, sehr wenigen Mitgliedern. Wir sind inzwischen schon im Mai 81. Und das heißt, ja, wir können tatsächlich dann in Kürze diesen Folgekrieg nochmal gegen Polen ausrufen. Oh, aber Herzog... Okay, das ist ein interner Krieg. Herzog Sigurd von Niederschlesien. Ja, wird hier angegriffen. Da gibt es Stress. Von Gräfin Kunigunda. Die Alamitin im Übrigen auch ist. Nun gut, aber da mischen wir uns, denke ich, nicht ein. Zumal Herzog Sigurd auch kein Krutor ist. Nächster Ablass ist da. Und nochmal der Nächste. Und ich gucke mal, wie weit ist denn der Ausbau hier vorangeschritten. 14 Monate. Alles klar. Das ist ja der Moment, wo wir Magdalena jetzt was Gutes tun wollen. Und Prinz Rostislav von Litauen. Der Prinz von Litauen. Ach so, das ist der. Wartet mal. In welchem Verhältnis steht er zum König von Litauen? Da bin ich ganz klar. Der ist nämlich eigentlich nur Graf. Der hat tatsächlich ein eigenes Haus gebildet. Habe ich das richtig gesehen? Naja. So, Estland. Die werben den Kriegerorden an. Ah ja, interessanterweise können die das natürlich auch nutzen. Sie haben ja den gleichen Glauben wie wir. Haben offenbar Stress gegen 702 Leute. Ernsthaft? Ist das wirklich nötig? Oder hat er noch irgendeinen Ärger? Vielleicht, das verstehe ich nicht ganz genau. Okay, tatsächlich wegen dieses Bauernaufstandes. Na sowas. So, die Herzung ist diesmal nicht beeinflusst worden. Was haben wir hier? Waffenstillstand läuft aus. Ah ja, jetzt werden wir natürlich nochmal informiert. Hier gibt es einen neuen Angriff gegen Ruthenien. Hat aber auch nichts mit uns zu tun. Ein weiterer Ritter ist verbessert worden. Polnische, adamitische Populisten sind mal wieder am Start. Aber da arbeitet ja unser Prediger daran. König Marin. Aha, jetzt ist es tatsächlich erfolgt. Die weitere Expansion. Und zwar hier hinein. Und das Gebiet Kletzg ist nun Teil von Crotonia. So, und jetzt gibt es einen neuen Angriff. Oh, Norwegen hat scheinbar große Probleme. Gräfin Brigida. Die hat aber nichts mit uns zu tun. Ne, das ist ein norwegisch-interner Krieg. Alles klar. Wir sind im November 1281. Und damit müsste jetzt in Kürze... Oder ist schon der Waffenstillstand ausgelaufen? Wir gucken mal. Ja. So sieht es aus. Okay. Was... Wie sieht es in Polen aus? Hier steht das Bündnis mit Thessaloniki. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen unschöner Krieg um eine Grafschaft, die wir eigentlich... Die eigentlich schon uns gehören müsste, gegen ein großes Heer, das gegen es. Das heißt, wir müssen wirklich wieder alles mobilisieren. Ich hoffe aber, wir kriegen das vielleicht über die Bühne, bevor die Truppen aus Thessaloniki bei uns sind. Das wäre jetzt eigentlich das Ziel des Ganzen. Wir haben es wieder im Winter. Ich würde sagen, wir warten mal wieder den Winter ab. Gibt jetzt keinen Grund zur Eile. So, hier gibt es auch nichts Neues. Wir werden wieder im Februar den Krieg erklären. Vorher bekommen wir hier noch einen Ablass. Eine Fraktion hat sich erneut aufgelöst. So. Russisch-orthodoxe Populisten sind da. Und der nächste Ablass. Okay. Dann hat eine Unabhängigkeitsfraktion geschaffen. Das ist ja interessant und neu. Das wird jetzt ein bisschen unangenehmer. Schwedische Katholiken führen jetzt hier Niederschlesien. Okay. Also das ist eine Sache, um die wir uns kümmern müssen, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt davon aber nicht abbringen. Ich schaue mal kurz, was jetzt hier das Gefährlichste ist. Ja, das sind eigentlich die Schwedisch-Slowian-Skanischen Populisten. Ne. Alles andere dürfte nicht gefährlich werden. Wir können, glaube ich, unseren Krieg beruhigt führen. Das machen wir jetzt auch. Am 17. Februar ist die Zeit der Kriegserklärung gekommen. Ich will, genau, eigentlich geht es nur noch um die Grafschaft. Können wir dementsprechend auch als Kriegsziel definieren. Der Gegner hat 18.800 Mann. Ja, ja. So groß kann der Krieg werden. Die Kriegserklärung kommt. Und, ja, wollen wir unseren Verbündeten hufen? Ich würde sagen eher nein. Das ist nicht nötig. Wir werden erneut hier wieder unsere Armeen ausheben. Und dann müssen wir mal wieder gucken, wie wir sie am cleversten aufteilen. Ich tendiere dazu, eine Belagerungsarmee hier hinzuschicken. Ansonsten die Hauptarmee hier runter. Vielleicht hier noch eine Armee. Damit wir den Gegner abfangen können und gleich die Belagerung der Hauptstadt beginnen können. Dann müsste das eigentlich relativ zügig vonstatten gehen. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Bis hier sich alle gesammelt haben und wir das vernünftig aufteilen können. So, das ist jetzt der Fall. Okay, dann gucken wir mal. Ja, das ist so ätzend, dass dann auch die ganzen Spezialtruppen hier aufgeteilt werden. Also, als erstes interessiert mich jetzt die Belagerungseinheiten. Hier haben wir die. Die will ich jetzt dorthin bringen, weil wir hier den Belagerungsanführer haben. Dann ist das klar geregelt. So, ihr marschiert bitte dorthin. Soweit, so gut. Dann holen wir hier noch das leichte Fußvolk raus. Und ihn. Ihr marschiert dann dorthin. Das ist dann sozusagen unsere Kampfarmee. Und jetzt gucke ich mal. 16, 14. Haben wir vielleicht noch einen besseren? Ja, die sind alle irgendwo sonst wo beschäftigt. Was ist denn mit Prinz Miroslav? Kämpft er seinen eigenen Krieg? Schaut mal, ein 43er Anführer. Was ist mit dem los? Den möchte ich gerne in so einem Krieg mit dabei haben. Wo ist der bitte? Ja, der befädigt seine eigene Armee. Das ist halt nervig. Wieso kämpft er denn da oben in diesem Krieg mit? Oder ist das irgendeine interne Geschichte, was er hier am Start hat? Ach, das ist Königreich Frankreich. Da ist der irgendwie mit involviert. Hallo? Der kämpft. Okay, der Kleinkönig von Jämtland ist verbündet mit den Franzosen. Und auf der anderen Seite sind unsere Leute verbündet mit dem Norweger. Das ist der Grund für diesen Krieg. Und das ist der Grund, warum jetzt unser bester Befehlshaber hier nicht unsere eigene Armee einführen kann. Das ist wirklich lästig. Okay, wer ist denn von denen jetzt hier im Einsatz befindlichsten? Der beste? 7000. Na gut. Okay, dann gucke ich mal, ob wir hier einen weiteren Belagerer haben. Auch wenn er ganz, ganz schlecht ist. Wäre mir das sehr recht? Nein, haben wir nicht. Okay. Ist auch nicht so schlimm. Dann ziehen wir jetzt hier nochmal die drei Ritter raus. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so optimieren müssen. Ich will es mal sicherheitshalber machen. Man weiß ja nie. Die bringen wir dorthin. Die Armee wird jetzt das Kriegsziel schon mal belagern. Da können wir schon mal hinziehen. So, und unsere zweite Kampfarmee wird dann, oder wir lassen das einfach geteilt zwischen denen. Ist auch okay. Zieht mal dorthin. Und die beiden können auch gut kämpfen. Dann haben wir es einigermaßen. Dann warten wir jetzt mal ab, bis sich das alles irgendwie sortiert hat. Da kommt schon die erste polnische Armee. Das ist auch okay. Oh, Gemeinde bekehren ist beendet worden. Das will ich mal gleich erneuern. Weil hier gibt es viele, viele Gründe. Bei den Adamiten mal einzuschreiten. Wir sehen nämlich, die machen Stress. So. Und dann fangen wir hier tatsächlich schon mit einer Belagerung an. Ich warte aber eigentlich noch auf die Belagerungseinheiten. So, hier haben wir die. Genau. Und jetzt marschiere ich direkt mal dort drauf zu. Und ihr, ja wie soll ich sagen, ihr sichert im Prinzip diese Armee. Indem ihr einfach ins Hinterland zieht. So. Da sollten wir absolut safe dann sein. Während diese Armee quasi diese Belagerung schützt. Indem sie sich dorthin stellt. Und dann können wir das einfach abwarten, was hier passieren wird. Den nächsten Ablass haben wir. Verbündeten werden wir im Moment nicht rufen. Ach, das ist gar nicht unsere Belagerung. Ja, wäre auch merkwürdig gewesen, wenn wir unser eigenes Gebiet belagern. So, da haben wir schon mal 10.000 Mann, ja. Aber mit denen kämen wir zurecht. Okay. Die Hauptstadt ist erreicht. Und ein Ratschlag erreicht uns. Ich höre nicht zum ersten Mal von den großartigen Leistungen von Wlodislaw. Und jetzt hat Oberbürgermeister Chepan, Chepan ist doch unser Freund, erinnere ich mich? Ja, genau. Ihn mir an meinem Hof geschickt. Er stellt sich vor als Zeichen der Freundschaft zwischen Chepan und mir. Ja, ich würde mal sagen, dann erfreuen wir uns auch darüber. Er ist ein großartiger Ränkespieler. Allerdings können wir ihn im Rat jetzt nicht gebrauchen. Aber natürlich werden wir nicht, werden wir natürlich nicht Nein sagen, wenn unser Freund uns jemanden rät. Uh, das ist nicht ganz unwichtig. Interesse entdeckt Hofbeamte. Das bedeutet, dass wir hier unsere Domänschwelle nochmal erhöht haben. Wir sind, glaube ich, jetzt für diesen König bei 11. Bei 11 Besitztümern, da heißt es, noch einiges drin. Und die Frage ist, was wir eigentlich als nächstes machen wollen. Was passt zu ihm? Renaissance-Gedanken? Hm. Also, ich mache das jetzt auch mal rein rollspielerisch. Das würde vielleicht passen. Hermelin-Mäntel. Adel verpflichtet. Primogenitur ist eine Sache, die würde ich dann erst in Gang bringen, wenn es wirklich einen ganz konkreten Anlass gäbe. Aber bisher fahren wir eigentlich sehr, sehr gut damit. Ich würde sagen, Renaissance-Gedanken passt irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht super begründen kann, zu Jaro mir. Verfolgen wir mal diesen Gedanken, ohne jetzt genau geschaut zu haben, was das am Ende überhaupt bringt. Doch, das bringt, dass die Gemeinden eine höhere Entwicklung haben. Das ist für uns aber, hm, wartet mal. Also, okay, das ist sehr weit entfernt von dem, was für uns notwendig ist. Hm, vielleicht rechtmäßiges Eigentum klingt auch ganz gut für uns. Kann folgenden Kriegsgründen nutzen? Die Jure. Kann mehrere Ansprüche für einen anderen Charakter in einem einzigen Krieg durchsetzen? Ja gut, das geht eher in die kriegerische Richtung. Vielleicht passt dann doch Kräne doch noch am besten zu ihm mit diesem Wirtschaftsgebäude und diesem Ausbauaspekt, der bei ihm stark ist. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. So, wir haben unsere Aufstellung hier so gemacht, dass dieser Krieg hoffentlich schnell gewonnen werden wird. Und ob das dann auch klappt, das sehen wir gemeinsam in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.